Deborah, du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du immer noch was wert bist, immer noch. Und da ist dieses Himmlische passiert, was ich immer wieder erlebt habe, sobald ich meinen Schmerz zu ihm gebracht habe und nicht weggerannt bin. Da passiert Heilung. Und mein Glauben lebe ich so auf deine Frage zurück, dass ich heute nicht mehr wegrenne, auch wenn ich selbst die größten Fehler mache. Und du sagst auch, oder betonst auch, dass unser Lebenslauf nicht bestimmt, wie unser Leben weitergeht. Das ist eine starke Aussage auch von dir. Kannst du vielleicht noch einmal etwas erzählen, wie du das erlebst, auch Neuanfänge in deinem Leben oder die Verheißung, dass Veränderung auch gut ist und zu unserem Leben gehört. Wie erlebst du dein Glaube in diesem Bereich? Wow. Ja, ich sag gerne, du bist nicht das, was dir passiert ist. Und wir setzen oft so einen Stempel auf unser Leben. Oder Menschen schreiben mir und sagen, weißt Deborah, wenn du wüsstest, was mir passiert ist. Und sie definieren sich über einen Schicksalsschlag oder einen Fehler, den sie im Leben begangen haben. Also wäre es so, dann dürfte ich heute hier nicht sitzen. Also ich bin wahrscheinlich die Letzte, die hier sitzen sollte, wenn wir ehrlich sind. Ja, es ist nicht nur mir viel Schlechtes angetan worden. Auch ich habe viele Fehlentscheidungen getroffen. Aber eine Situation, die so intensiv für mich gewesen ist, ist tatsächlich, dass ich vergewaltigt worden bin. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was man erleben kann. Und nach all dem Schlimmen, was ich erlebt habe, war das wirklich der Moment, in dem ich sterben wollte. Das kann man gar nicht beschreiben. Man will aus seinem Körper aussteigen. Ich wollte nie wieder irgendetwas mit diesem Körper bewirken auch. Für mich war das nur noch Schande, Schmutz, Ekel. Und ich saß Tage unter der Dusche und habe versucht, diesen Dreck wegzubekommen. Plus die Lügen wieder. Du hast es doch selbst provoziert. Du bist selber schuld. Nächste Lüge. Deine Eltern werden dich verurteilen, was ja der größte Schwachsinn ist. Ich habe tolle Eltern, aber diese Stimmen sind so laut. Diese Lüge ist so laut. Und du rennst automatisch weg von der Wahrheit. Und das als, ich würde sagen, als guter Christ, als langer Christ. Ich kannte die Wahrheit. Und das sind immer diese Pfeilen. Liest du es nur oder glaubst du es? Und in dem Moment konnte ich nicht glauben, weil ich bin selber schuld. War meine Lüge. Und okay, Jesus, du kannst vielleicht viel, aber das kannst du jetzt nicht mehr. Wir setzen Jesus so eine Grenze. Weil das ja voller Schmerz ist und voller, boah. Also wirklich schlimmer geht es nicht. Ich bin zu einer Freundin gerannt, zwei Wochen, die mit Gott nichts zu tun hatte, weil ich mich geschämt habe. Aber sie konnte mir nicht helfen. Sie hat nur gesagt, das wird schon wieder. Also ein, das wird schon wieder, bringt dich nicht weiter. Und dann war aber Gott sei Dank Ostern zu diesem Zeitpunkt. Und ich musste in die Kirche. Pastorentochter. Meine Ausreden sind mir ausgegangen. Ich konnte noch irgendwie erzählen, ich bin erkältet, ich kann heute nicht singen, so. Und ich saß in der letzten Reihe, das weiß ich noch, Kapuzenpulli, verstecken. Und dann die Osterbotschaft, die wir so oft gehört haben. Ich glaube, jeder hat die irgendwo mal gehört. Jesus, der für dich ans Kreuz ist. Okay. Aber an diesem Tag sagte der Pastor, Jesus ist für deine Schuld und deine Scham ans Kreuz. Das habe ich das erste Mal so bewusst wahrgenommen für meine Scham. Und das hat mich so berührt. Und dann ist wieder das passiert, was passiert, wenn du deinen Schmerz mit der Wahrheit verbindest. Dann entsteht wieder Leben. Dann passiert Hoffnung. Und dann musst du dich aber auch für etwas entscheiden. Und ich habe an dem Tag etwas getan, was nicht in meiner Natur liegt. Ich bin aufgesprungen aus meiner letzten Reihe und habe mich unter das Kreuz da vorne gelegt. Das ist nicht meine Art. Aber ich hatte den Eindruck, ich brauche das jetzt. Und da lag ich unter diesem Kreuz und habe gesagt, Jesus, hier ist meine Scham. Ich kann nicht, ich will tot sein. Ich will so nicht weiterleben. Und ich glaube auch nicht, dass du mich je wieder zu irgendwas gebrauchen kannst. Aber wenn es dir möglich ist, dann mach mich heil. Und wirklich in diesem Moment war es wie so ein Flüstern. Wie so ein, Deborah, du bist nicht das, was dir passiert ist. Weil du immer noch was wert bist. Immer noch. Und da ist dieses Himmlische passiert, was ich immer wieder erlebt habe, sobald ich meinen Schmerz zu ihm gebracht habe und nicht weggerannt bin. Da passiert Heilung. Und mein Glauben lebe ich so auf deine Frage zurück, dass ich heute nicht mehr wegrenne, auch wenn ich selbst die größten Fehler mache. Ich höre auf, mir einzureden, jetzt liebt Gott dich nicht mehr. Ich fange an morgens mit. Ich bin geliebt. Ich weiß, du bist ans Kreuz für meine Schuld. Ich weiß, deine Güte ist jeden Morgen neu. Das steht auch in der Bibel. Jesus fängt nicht an, morgens das Buch aufzuschlagen und zu sagen, gestern war richtig Müllgebäude. Heute kümmere ich mich nicht um dich. Du nervst mich gerade. Das ist nicht Jesus. Er sagt, okay, lass uns heute von vorne anfangen. Heute werde ich dich segnen. Heute bekommst du wieder aus meinem Überfluss. Und das habe ich erlebt so weit. Und ich weiß, ich sage jetzt was, was viele nicht glauben wollen. Ich habe jahrelang vergessen, dass ich vergewaltigt worden bin. Vergessen. Weil ich so in meinem Auftrag gelebt habe, darum geht es in dem Buch, dass ich keine Zeit hatte für meine Vergangenheit. Du hast keine Zeit für die Vergangenheit, wenn Gott will, dass du in der Gegenwart lebst und dir eine Zukunft volle Hoffnung schenkt. Das geht nicht. Und erst als ich heil genug war auch, hat Gott mich erinnert und gesagt, und jetzt schreibe ein Buch darüber, das ist ein anderes Buch, und gehe hinaus und ermutige Menschen. Und heute erlebe ich bei anderen genau das Gleiche. Sie lassen das am Kreuz, werden selbst geheilt und gehen und erzählen von der Wahrheit, die frei macht. Wow. Ich habe noch gerade so überlegt, als du erzählt hast, vielleicht schauen jetzt auch Leute zu, die wissen ganz tief in ihrem Herzen, diese Lügen sind nicht wahr, die versuchen aufzustehen, aber finden irgendwie die Kraft nicht. Was würdest du dazu sagen? Was ist trotzdem der nächste Schritt, wenn man einfach fühlt, es geht irgendwie nicht? Ja, ich sage auch so gerne Wundergeschehen beim Weitergehen. Also nicht beim Liegenbleiben, sondern beim Aufstehen und das dir möglicher machen. Psalm 84,7 glaube ich, sonst Google. Und gehen sie auch durch düstere Täler, schenkt er ihnen die Kraft beim Gehen. Das ist jetzt meine Übersetzung aus dem Französischen heraus, weil ich die so stark finde. Im Deutschen ist es leicht anders, ich komme jetzt gerade selbst nicht drauf. Er erneuert ihre Kraft, steht im Deutschen. Aber im Französischen heißt es, Gott schenkt dir die Kraft beim Gehen und das finde ich so stark. Du musst dir gar keine Sorgen machen um morgen. Fang mit heute an mit dem, was du hast. Tu diesen Mini-Schritt, diesen Mini-Mini-Schritt. Und nicht aus deiner Kraft heraus, sondern aus seiner heraus. Und er wird dir morgen wieder genug Kraft schenken und wieder genug. Und es sind die Mini-Schritte, die es braucht, um frei zu werden, um da rauszukommen. Auch bei mir, das klingt jetzt so, haha, haha, aber nee. Es ging Monate, es ging Jahre, bis ich ganz frei wurde. Aber der Punkt ist, es war nicht mehr so schmerzhaft, weil Gott mir jeden Tag die Kraft geschenkt hat. Und die Kraft schenkt er mir aber nur, wenn ich mich an ihn wende. Und wenn ich mich verändern lasse. Und nicht morgens aufstehe und sage, oh, ist heute schwierig, oh, ich schaffe das nicht. Nee, verändere deine Sprache. Und sagt vielleicht auch, ich habe die Kraft nicht. Jesus, aber du hast die Kraft. Sei du heute die Kraft, die ich brauche. Das reicht dir schon. Das reicht dir schon. Ja, und so ist es immer ein Prozess. Also es wäre eine falsche Lehre, wenn ich sagen würde, du betest einmal, morgen ist alles gut. Nee. Aber ich finde den Prozess mittlerweile ganz wertvoll. Der Prozess hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich weiß, was es braucht, um rauszukommen. Und ich feiere heute die guten Tage, aber ich bin mir sicher, mein Vater nennt mich die heilige Katastrophe. Ja, das kommt nicht von ungefähr. Also sobald ich da aus irgendeinem Loch rausdrehen, kommt dann schon wieder das Nächste. Und ich muss immer wieder anzapfen, mich immer wieder erinnern. Also ich bin Mensch. So geht es uns auch und das ist so ermutigend. Gott hat immer wieder einen neuen Anfang für uns. Definitiv. Immer wieder, aber er ist der Gleiche. Er ist der Gleiche und er bleibt der Gleiche. Das sind alle Ewigkeiten. Ja, genau. Ja.